Heute werden wir sehen, wie gut ihr als Team bei Rettungsaktionen zusammenarbeitet. Ja, wir haben ein paar Notfälle für euch vorbereitet und es gibt auch ein Bike, das ihr retten müsst. Bitte, helft mir. Ha, super geschauspielert, Blöds. Ich schauspieler nicht, der Baum steckt wirklich in meinem Reifen. Wenn ihr alle Aufgaben erfolgreich löst, dann kriegt ihr eure Rettungsabzeichen. Zoom, wir los. Buddy ist los. Ja, fertig. Jetzt retten wir Blitz. Hilfe! Ich weiß was. Upsi! Rikki, das war sehr gut. Aber damit alle ihr Rettungsabzeichen bekommen, müsst ihr als Team arbeiten. Hä? Aha. Hank, ein Notfall. Entschuldigt, Kinder. Wir verschieben das. Coole Schauspieler, Blöds. Wieder Rettungsabzeichen. Vielleicht kann ich die Automatik abschalten, aber dafür müssen sie stillhalten. So wollen die Roboter mich anknabbern. Knabbern! Oh! 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 Rikki, kommst du rin! Scootbox! Stopp! Ich sagte Stopp! Hör! Oh! 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 Yeah! Oh! Um ehrlich zu sein, braucht man manchmal für eine Rettung mehr als nur dich. Also zwei von mir. Das hatte ich nicht gemeint. Man braucht ein Team. Deine Eltern sind ein Team, oder? Ja. Und du bist auch in einem Team. Und zwar in unserem Team. Ja, richtig. Wir sind auch ein tolles Team. Ich wette, wir können die Scootbobs zusammen einfangen. Hey, komm. Du kommst jetzt an, Hakenglück. Sie jagen dich nicht mehr. Sie jagen mich. Super gemacht. Locke sie ins Netz. Jetzt. Ja. Zoom-tastisch. Ähm. Oh, nein. Sie bewegen sich ja immer noch. Ähm, Rettungsbalk. Ich glaube, sie futtern das Netz als Nachtisch. Hä? Nein, werden sie nicht. Denn die Bike-Buddies sind mal wieder zur Stelle. Zogen-Check. Beide raus. Super-Sicht. Bin bereit. Rekki kommt zur Rettung. Rekki kommt zur Rettung. Wow. Super gemacht, Rekki. Ja. Das war eine super Leistung. Das waren wir aber alle. Alle zusammen. Wir sind fertig. Ja. 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 Rekki Zoom. Das war heute zu Besuch. Vielleicht könnt ihr etwas unternehmen. Ich weiß nicht. Ich denke schon. Vielleicht. Dann zeigt ihm doch die Rennstrecke. Oh. Du fährst Rennen? Ja, gerne. Das ist deine Strecke, ja? Super. Darf ich sie mal testen? Zoomen wir los. Los, Rikki, schneller! Du gewinnst, Rikki! Hey, du fährst super, Cousin. Los! Los, Rikki, schneller! Los! Los, Rikki! Los, Rikki, schneller! Nichts passiert. Guck mal, Desha. Ich bin richtig gut im Bike-Ball. Ich werd ihn holen, Tut. Ja, Desha! Immer schön den kühlen Motor bewahren! Danke, Desha! Oh! Ähm... Ähm... Rikki, ich glaub, dein Cousin liegt alleine. Was ist los? Ich weiß nicht, wie ich wieder runterkomme. Ähm... Ich... Ich glaube, ich hab ein bisschen Höhenangst. Ich hol dich! Turbo-Check! Weiter raus! Supersicht! Bin bereit! Das ist es! Zeit zum Zoomen! Rettungshack! Los! Ich komme zu dir, Desha! Lauf! 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 Bin ich froh, dich zu sehen, Cousin. Ich werde dich jetzt runterlassen. Alles klar? Äh... Bist du sicher, du weißt, wie das geht? Hahaha! Das kann ich doch im Schlaf! Ich glaube, du bist mein Lieblings-Cousin. Bike Buddies! Los! DJ! Bike to! Huah! Rikki! Super, Rikki! Rikki, du musst mir zeigen, wie du das machst! Es ist mega cool! Hahaha! Ich glaube, dass nur Rikki so was kann, oder? Hahaha! Ein Hurra für meinen Kusser! Hurra! Hahaha! Hahaha! Du bist echt voll schnell! Und du auch! Los, Rikki! Los, Desha! Los, Rikki! Du bist schneller, als ich dachte! Kommt schon, Bike Buddies! Habt ihr vergessen, dass gleich ein Rennen startet? Rückwärtsramme und Zoom! Eine Rückwärtsramme und Zoom? Das kann ich auch! Ja! 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 Es ist so! Bereit? Los! Festhalten, Herr Flitzi! Wuhu! Wuhu! Ist bei dir alles gut, Herr Flitzi? Tut, was ist denn? Wo ist mein Herr Flitzi? Wo hattest du Herrn Flitzi zuletzt? Ich hatte ihn noch im Park, aber jetzt ist er nicht mehr hier. Ich muss wieder zurück. Ich brauche euch. Tut vermisst Herrn Flitzi. Keine Sorge, Tut. Wir finden ihn. So, Cam, los! Ich habe es wieder zurück. Flitzi muss da los! Hä? Hallo, Herr Flitzi? Hallo! Bleib wo du bist, Tut! Ich habe alles unter Kontrolle. Hm? 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 Nicht hier. So fantastisch! Ich sehe ihn! Ich sehe ihn! Ich sehe ihn! Mein Herr Flitzi! Ich weiß, wo das ist. Wir suchen los! Perrin! Ha! Ha! Hm? Es ist hier! Er war dort oben! Hm? Seht mal! Oh! 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 Und jetzt Dorf! Der Flitzi hat voll Höhenangst! Er fürchtet sich wirklich schnell! Die Glockung Nein, nein! Oh, ich mache den schnell und glaube, ob er mich bezahlt wird! vicinity k necessitarianen Und 2 Papers Die Hindi heißt schon, Hey, Herr Flitzi, bist du hier? Er kann dir nicht antworten. Er quietscht nur. Er quietscht! Ich fette meine Klangantenne ein. Die Brücke! Auf geht's! Ah! Komm mit, Hut, holen wir Herrn Flitzi vom Dach. Ja! Die Bike Buddies lassen nie ein Bike zurück. Wir helfen euch. Wir haben das gemeinsam angefangen. Dann beenden wir es auch gemeinsam. Rikki, komm zur Rettung! Rettungsdach, los! Ah! Oh, mein Herr Flitzi, roll bitte nie wieder weg. Verstanden? Heute ist Familiensporttag. Wechsel! Wir gewinnen! Niewals! Ich war die erste im Ziel, Rikki. Kinder, es geht hier um den Spaß. Was? Hey! Wow! Oh, Mann! Das war... Super toll! Du warst schneller als Rikis Mama und sie ist ein Rennbein. Willst du noch ein Renn fahren? Ja, noch ein Wettkampf. Sind beide Teams fertig? Wir waren als Erste fertig. Aber wir sind mehr fertig. Oh je. Nun denn, ich nehme an, es geht los. Los, komm! Wow! Mama! Ich glaube, du musst langsamer machen. Es ist mir egal, wer gewinnt. So lange wir es sind. Mama! Wir müssen doch gar nicht unbedingt gewinnen. Das ist doch alles nur Spaß, Scootio. Spüre den Spaß! Wow, Scootio! Deine Mama will echt gewinnen. Und deiner auch. Die beiden waren schon so, als sie früher zusammen in die Schule gegangen sind. Sie mussten immer in allem gewinnen. Bis zu diesem einen Meisterschaftswettrennen. Wahoo! Gewonnen! Gewonnen! Ich hab gewonnen! Nein, ich hab gewonnen! Was ist der nächste Wettkampf, Frau Beigli? Ja, was gewinn ich als nächstes? Oh, äh, nun, der große Stadtumrundungsmarathon beginnt demnächst. Perfekt! Ich dachte, Erwachsene wüssten, dass es egal ist, ob man gewinnt oder verliert. Wir sind Kinder und sogar wir wissen das. Was ist los, Leute? Unsere Mamas wollen unbedingt gewinnen. Ricky, Frau Beigli sagte, dass unsere Mamas früher Freundinnen waren. Vielleicht finden wir ein paar alte Fotos von ihnen. Und dann erinnern sie sich an ihre tolle Freundschaft. Ich suche jetzt gleich. Ich habe was gefunden, guck. Ich hab das Bild in der Pokalvitrine in der Schule gesehen. Ich frag mich, ob sie das überhaupt noch wissen. Komm mit! Ich hab eine Idee! Ist der Plan allen klar? Wir verdrehen die Schilder, damit unsere Mütter zur Schule fahren. Dort gibt es was, das sie sehen sollten. Auf die Plätze, fertig, los! Wenn das Schild in die Richtung zeigt, fahren sie direkt zur Schule. Zeit für meine Geheimwaffe! Na, warte, da kann ich mithalten! Oh, ich kann die Düsen nicht abschalten! Unsere Mütter brauchen Hilfe! Ricky kommt zur Rettung! Turbo-Check! Spoiler-Rauf! Zoom-Versicht! Bin bereit! Rettungshaken! Los! Trothee und du mussten helfen! Zoom-Cam, los! Oh! Hä? Mama, geht's dir gut? Ich denke schon, Scootio! Oh, das Rennen! Oh nein, vergiss es! Tut uns leid, Frau Zoom und Frau Blitzbeng, wir lassen sie hier nicht weg! Ja, genau, weil ihr euch etwas ansehen müsst! Oh! Oh ja, den hab ich mal gewonnen! Oh ja, den haben wir doch zusammen gewonnen! Ja, ganz genau, zusammen! Ihr wart Freunde! Ist eure Freundschaft nicht wichtiger? Oh! Familie Spartagsgesichter! Hahaha! Helen und Hank! An der nächsten Ecke musst du Richtung Westen! Code 65, platte Reifen und kaputter Motor! Roger! Alles klar! Los geht's! Oh, darf ich auch mal? Das ist eine sehr wichtige Aufgabe, damit Bikes, die in Not geraten sind, schnell Hilfe bekommen! Ich bin zwar zu klein, um ein Rettungsbike zu sein, aber vielleicht kann ich das ja machen! Willst du es mal versuchen? Nur so zum Spaß? Darf ich? Toot meldet sich zum Dienst! Ich kann dir helfen! Dann lernen wir gleich beide was! Sehr gute Idee! Aber wenn ein richtig wichtiger Notfall reinkommt, sagt ihr mir Bescheid, ja? Roger! Viel Glück, Toot! Warte hier! Maxwell an die Zooms! Zooms, bitte kommen! Maxwell? Ja, ich bin es! Ich habe ein klitzekleines Problem! Ich habe mich verfahren! Das hier ist ein ziemlich dringender Notfall! Ich sende euch mal meinen Standort! Okay, einen Moment! Kommt ein echter Notfall rein? Ruf Mama und Papa! Tut Zoom an Mama und Papa! Meldet euch, ihr beiden! Tad! Ich kann nicht! Tad, wir wollen doch! Oh nein! Sie ist wohl viel zu weit weg! Äh... Rikki! Ich rufe Rikki! Tut Zoom an Rikki Zoom! Ich meine, Tut an Rikki! Für das Zoom ist jetzt keine Zeit! Hallo, Tut! Ich glaube, Maxwell braucht Hilfe! Und ich möchte ihn auf keinen Fall im Stich lassen! Oh, okay! Wo steckt der? Es sieht so aus... Oh, ich weiß nicht, wo das genau ist! Es ist blau und grün! Ihr müsst Richtung Norden! Nein! Links! Oh! Komm, mach dir bloß keine Sorgen, Tut! Sieh einfach auf die Karte und sag uns, was dir bekannt vorkommt! Oh, ich weiß! Der Hydrant kommt mir bekannt vor! Weißt du, wo der ist? Okay, watcha! Da ist es! Wir sind beim Hydranten! Gut! Und siehst du jetzt den wackeligen Briefkasten, der ständig umfällt? Wir sehen ihn! Ja! Weiter so! Da ist er! Auf der alten Werkstatt! Ricky kommt zur Rettung! Toll, Jack! Spoiler raus! Super Sicht! Bin bereit! Scooty, schick die Zoom-Camp hoch und checke Maxwells Position! Wird gemacht! Zoom-Camp, los! Oh nein, Maxwells Hinterrad ist eingeklemmt! Schaffst du's aufs Dach? Aha! Na klar! Aufgepasst! Loopy, Booster, los! DJ, kannst du eine Rampe bauen? Und los! Wir holen dich jetzt hier runter, Maxwell! Danke! Studio, DJ, wir brauchen Hilfe! Ja! Zoom-Castisch! Wir haben's geschafft! Rekirn-Tut! Rettung abgeschlossen! Over! Roger! Roger! Was hätten wir nur ohne dich gemacht, Tut? Ja! Stimmt eigentlich! Überhaupt nicht! Juhu! Warum? Rekirn-Tut! 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 Wir geben mit ihm Gas suchen! Hast du Lust, noch mehr coole Videos zu sehen? Dann tippe jetzt dein Video an! Viel Spaß und bis gleich! Dein Togolino! Rekirn-Tut! 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 Rekirn-Tut!